Schuh! Mist! Wir sind zu langsam! Ahhhh! Gehs auf die Tanks! Mehr musst du nicht sagen! Ahhhh! Ui! Hohoho! Oh, Alter, Alter! Fünfter Akt Kapitel 1 Gebaut, einen Crash zu überstehen Ahhhh! Oh, das ist mal ein bisschen strecken hier! Ist so anstrengend, die ganze Zeit gegen die ganzen Bücher zu kämpfen! Ahhhh! Weiter! Oh! Oh! Scheiß! Oh! Fuck! Ah, wie gehts euch? Das alles geht mir total auf den Sack! Wirklich alles! Auf deinen Sack? Wir sind schon fast aus dem gröbsten raus! Letztes Mal sind hier Monorails gefahren! Mein Scan zeigt einen an! Alles klar! Na los! R2D2! 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 Und wieder mit der ganzen Forst! Der Aufzug hat Stroh! Vielleicht läuft ja auch die Monorail! So war es gedacht! Guckst du so süß an! Ruhig aber, was ist los? R2D2! 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 Immer noch nicht! R2D2! 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 R3D2! R3D2! R2D2! Was ist das für ein Helikopter? Er lebt immer noch. Gibt's doch nicht. Nein! Bleib hier! Verdammt! Oh! Er scheint aber nichts zu machen. Oder doch? Scheiße! Lass mal auf! Krishka, geh mal aus dem Weg! Aua! Verdammt! 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 Ach, ich liebe, du wüsstest! Ich hab grad einen Schreck gekriegt, ey! Sag mal wie viele Kopfschüsse brauchte denn der? Wo ist der Chip hin? Ettlich! So sieht's aus. Die Pistole macht da schon Spaß. Verdammt, wieder keine Muni eh. Uff da lada, uff da lada. Frauen und Technik? Wirklich? Mach mal, Mädchen. Gibt's hier währenddessen noch was? Ich kaufe mir mal noch Muni für den Screamer. So. Was? Oh, scheiße. Da kommen sie! Nimm die Pistole! Nimm die Pistole! Nimm die Pistole! Verdammt! Verdammt, ey. Das ist gar nicht so leicht, ey. Und wo schießen die denn? Das ist gar nicht so leicht. Ach, da hinten. Wie noch mehr? Keine Lust auf mehr! Das ist gar nicht so leicht. Ist der da hinten gestirbt? Ach so. Huiiii! Das ist gar nicht so leicht. Ja, genau. Die Porn könnte ich ja etwas mehr benutzen, ey. Ja, macht euch alle gegenseitig fertig. Ach ja. War's das? Können wir jetzt rein? Na, jetzt komm doch mal! Ich halte echt einiges aus. Ja, verdammt! Bist du mal fertig? Du sollst dich doch darum kümmern. Ich und ich machen da schon alles. Wie geht's bestimmt auch gleich weiter? Ja, sag ich doch. Links! Affenscheiße! Hammer, Affenscheiße! Bäm! Verdammt! 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 Was mach! Ach, verdammt! Ich habe keine... Scheiße, 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 Sche Ohohohohohoh Oh nee Neee Oh keine Muni mehr, scheiße Nom 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 Ist der Opa tot? Nimm das Ja, ich bin Steinhardt Gut gemacht, Cowboy Cowboy? Alles klar, wir können los Ach schön, sich endlich mal hinsetzen Das ist ein verdammter Albtraum Was für eine höllische Operation haben die Idioten hier unten eigentlich durchgeführt? Das ist kompliziert Wir mussten den Ernst der Lager abschätzen Eine sichere Zone einrichten Ich will ja nicht nölen, aber wenn euer gesamtes Final Echo Squad diese Spinner nicht unter Kontrolle Zu meiner Rechten können sie nun sehen, was nicht links ist Oh Aber sie sind bei weitem nicht das Schlimmste hier unten Ach was, dann verrate es doch was hier unten das Schlimmste ist Vogel Trischka Vogel Burnouts Ja großartig, einfach fantastisch Da kann ich mich an Glück geschätzen Burnouts Also neue Gegner wohl Das ist bestimmt auch Kugelsicher Das ist auch fähig, ich empfange von überall dort draußen Aktivitäten Oh oh Hast du das gesehen? Bedauerlicherweise ja Sag halt auch zu den Burnouts Ach her je Das ist eine heilige Scheiße Höh Schießen! Nichts kann diese Hülle durchdringen Was nicht schießen? Das ist ein Kabel! Oh fuck Fünfter Akt Kapitel 2 Und wie lösen wir dieses Problem? Also jetzt kommen auch noch Mutanten dazu Mann ich will nicht Mutanten, Fleischweißen und Pflanzen Irgendwelche Bandenkämpfe Ein Weib, was nicht die Klappe halten kann Oh Hast du das gesehen? Ola Sie kommen Hört zu Ihr müsst auf die leuchtenden Stellen zielen Sonst kommen sie immer wieder Wir treten Ende die Glühbirne vor Bam Oh Die Viecher sind jetzt schon Verdammt fies Und gemein Und eklig Und Oh Könnt dich wieder aufregen Kann man die denn wenigstens wieder so einfangen? Ja Wenigstens das Ich mach die nicht ganz so schwer Ja Solange ich meine Peitsche benutze kann ist alles okay Oh Oder auch nicht Ah Ah Wollte Nimm Wollte Nimm Wollte Nimm Wollte Oh, die Munis hier ist auch fast leer. Und ansonsten? Ach ja, unser Screamer ist ja auch fast leer. Super! Eieieieieiei! Eieieieiei! Eieieieiei!